Achso, also da kommt dann praktisch der, hä? Also das schießt nen Ball. Und da muss ich wahrscheinlich rein, also mach ich nen Portal dahin, dass das dann hier durchfliegt. Und schwupps. Gut. Gut. Ich hab mir Mühe gegeben, ja. Und was kommt? Gut. Danke, echt. Ich hab mir doch so Mühe gegeben. Und nur gut wird gesagt. Ich bin enttäuscht. Nein. So, auf geht's. Hier oben gleich drauf. Ähm, man kann übrigens nur auf das weiße schießen, das kenn ich von dem Portal 2 Video. Sonst könnte man ja irgendwie sich einfach hier auf Porteln... Porten. Jetzt sind die FPS besser. Jetzt hab ich 25. Jetzt nicht mehr. Keine Ahnung, was das ist. Werden wir ja noch rausfinden. Das hab ich schon wieder. Boah, das hat Scheiß. FPS, wenn ich da Basaka hab. Good luck. Aber da ist ein Ball. Ich hab nicht ganz getroffen. Ich hab nicht ganz getroffen. Aber jetzt. Aber jetzt. Aber jetzt. Jawohl. Haha. Und jetzt muss ich einfach nur hier rüber. Oder? Ja. Und dann. Ah, nee. Hier ist weiß. Mach ich. Ja, mach ich von oben. Oder nee? Boah. 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 so das kann man denn da mal runter setzen was eventuell ich hab ja schon runter gesetzt wenn ich mir die texture auf niedrig eigentlich also ohne frets kann ich alles auf hoch spielen ohne probleme aber mit ja wenn nicht machen wir mal niedrig ich meine wird jetzt auch kein weltuntergang sein wenn wir da er gut sieht schon ein bisschen schlecht aus aber experience tut dem let's play besser wir können uns ja immer noch umentscheiden die in den letzten enden regressen informiert dass der nächste test ist Oh, da kann man gar nicht durchschießen. Da hat doch so eine rote Knarre da irgendwie noch. Könnte ich mich mal, geht nicht. Also wahrscheinlich... Stellen wir es mal ab. Da ist ja so ein Loch, da geht man dann bestimmt einfach über dieses Dings drüber. Und impossible ist es auf keinen Fall, wie die Leute geschaffen haben. Ja, extremer Pessimismus. Immer noch so wenig FPS. Das kann es nicht sein. Lade Daten. Naja, auf jeden Fall. Wir machen jetzt einfach mal frei Schnauze. Irgendwann geht's. Ich zocke jetzt, solange ich Bock habe. Naja, es ist ja einfach. 100 Pro. Ja, war so klar. Es erinnert mich an das Portal 2. Es erinnert mich an das Portal 2. Es erinnert mich an das Portal 3. Es erinnert mich an das Portal 3. Es erinnert mich an das Portal 3. Ich dachte jetzt schon, da könnte ich das wieder machen, aber das war's doch nicht. Momentum. Momentum. A Funktion of Mass and Velocity is conserved between Portals. In layman's terms, speedy thing goes in, speedy thing comes out. Okay, es so runter geht bei Fraps. Och, Mann! Ja, sehr schön. Das wird mir relativ spät gesagt, dass der Boden mich ja auch töten kann. Ja, wo hätte ich mir denken können? Ähm... Ach, das Portal hier wechselt also immer. Vielleicht komm ich ja da drüben irgendwie hin. Ähm... Ah ja, und schon geht's? Sehr gut. Hä? Hä? Was sollte das jetzt? Merkwürdig. So, wieso denke ich mir das jetzt? Habe ich da irgendwas von? Einfach mal hier hoch. Also da fliegt so eine Kugel schon wieder, also denke ich mal... Hätte ich dann wohl... ...schlauerweise das mal dahin tun. Hätte ich mir denken können. Vielen Dank, liebe Kugel. Mann, die Texturen sehen jetzt scheiße aus. Aber wenn ich stelle, ich will auf Mittel, so ein Unterschied ist es nämlich nicht. Mach ich jetzt. Ob wir jetzt einen Augenkrebs haben und Leck oder Augenkrebs und kein Leck. Okay. So, Moment. Jetzt erklärt mir mal, was ich da machen muss. Hä? Ah, jetzt dürfte es klappen. Jawoll. Komm, Porto, da. Nein, Porto mich doch da hin. Porto mich doch da hin. Ah nein, halt. Genau. Ich will diese Waffe haben. Gib sie mir. Dann kann ich endlich mit beiden schießen. Und geht's? Jawoll. 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 Mit flockigen 10 FPS. Okay, warte mal. Wir testen das jetzt nochmal. Ich weiß, das nervt langsam, aber... Oder wir machen mal die Schattendetails noch auf niedrig. Also jetzt habe ich ehrlich gesagt immer noch keinen Unterschied. Ja, also es ist immer noch leckig. Aber ich sehe jetzt keinen großen Unterschied. Es ist flüssiger bei Wasser, also lassen wir es so. Mit allen auf billigen Grafik. Ah ja. Ist ja nicht schlimm bei dem Spiel, hier geht es ja ja um die Rätsel. Und... ja. Übrigens, ein Abo wäre echt nett von euch. Denn jeden Tag kommen ja schließlich so zwei Videos. Das ist eine Arbeit auf jeden Fall. Ja, so langsam verstehe ich das Konzept wirklich. Und schwer ist es auch nicht. Also total. Ah ja. 100% kommt dann das Ding da hin. Gut. Also... Hä? Und gegen die Wand geflogen, so wie sich's gehört. Ja. Und ab. Ja, schön. Nicht getroffen. Ja, toll. Komm mal nochmal. Jetzt aber. Und zack gegen. Grußlich, ey. Ja, ich hab Axt bei Brottl. Genauso wie bei Minecraft. Nur dass es hier keine Creeper gibt, die mich einfach mal so hoch sprengen könnten. Ja. Ja. Tou-tou du-tou du 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 duu. Weiter geht es mit dem Spiel. Ja, das ist wohl schön. Ist hier irgendwas, was ich vielleicht benutzen könnte noch?